Hey, herzlich willkommen bei Einfach Auflegen. Mein Name ist Andreas. In diesem Video stelle ich dir einen Zubehör vor, was dich wahrscheinlich dann besonders interessiert, wenn du mobiler DJ bist. Heute geht es um das Lampenstativ von Gravity. Das hört auf den wunderbaren Namen GLS331B. Schauen wir uns zunächst einmal das Stativ selbst an. Das besteht aus Stahlrohr, ist schwarzpulverbeschichtet, hat zwei Teile, ist also ausziehbar und du kannst es einsetzen zwischen 1,45 Meter und maximal 2,40 Meter. Der Mechanismus zum Feststellen der Auszugstange ist aus Metall, richtig gut gearbeitet, macht einen soliden Eindruck. Der Kunststoffknauf zum Festziehen der Schraube ist mit dickem Gummi überzogen, liegt prima in der Hand, lässt sich toll bedienen. Um es im ausgezogenen Zustand sicher befestigen zu können, ist das Auszugsrohr an sechs Stellen beidseitig durchbohrt. So kannst du also einen Sicherungsstift durch die Löcher durchstecken. Nicht so ein großer Fan bin ich von solchen Sicherungssplinten, aber das liegt vielleicht an mir. Ich finde es immer sehr nervig, vielleicht bin ich zu ungeschickt, den auch durchs hintere Loch dann durchfuddeln zu müssen. Gerade wenn du eben schon eine Lampe drauf hast und es ist weit ausgezogen, ist es mit einer Hand festhalten, mit der zweiten den Splint durch, halt nicht so toll. Wenn du das Stativ ganz eingezogen benutzt oder eben auch transportierst, ist ja immer die Frage, wohin mit dem Sicherungssplint. Da hat Gravity eine Lösung für. Es gibt hier eine solche Gummimanschette, die hat eine Aufnahme, wo der Sicherungssplint halt genau reinpasst. Damit fliegt er nicht am Bändchen durch die Gegend, klappert nicht, nervt nicht. Gut gelöst aus meiner Sicht. Was Besonderes hat sich Gravity auch einverlassen, ich glaube bei praktisch allen ihrer Produkte. Die werden, wenn sie ausgeliefert werden, mit solchen Ohrringen aus grünem Gummi geliefert. Die sind aber nicht fest verklebt, sondern wirklich nur raufgeschoben. Das heißt, du kannst sie entfernen und es gibt von Gravity in verschiedenen Farben Gummiringe, sodass du halt deine Stative mit deiner Lieblingsfarbe markieren kannst oder eben die Markierung nutzen kannst zur Unterscheidung. Falls du in einer Band spielst oder so und ihr eben alle Gravity Stative habt, dann weiß jeder, wem welches Stativ gehört. Im Auszugsrohr ist oben ein weibliches M10-Gewinde eingelassen. Das Leuchtenstativ wird so nackig geliefert. Das heißt, du kannst erst mal, so wie es geliefert wird, daran gar keine Lampe befestigen. Du brauchst also mindestens mal noch eine M10-Schraube, vielleicht sogar mit Flügelmutter. Ansonsten bietet Gravity aber als Zubehör eine ganze Reihe von Reduzierflanschen an, mit denen du die unterschiedlichsten Befestigungsmöglichkeiten realisieren kannst. Ein paar zeige ich dir hier mal. Der erste Flansch hat ebenfalls ein M10-Gewinde weiblich, wird aber eben gleich mit einer M10-Schraube geliefert. Den benutze ich dann, wenn ich eine Lampe habe, wo ich den Flansch praktisch fest anschraube, mit Hilfe von Werkzeug, und ihn dann, Lampe und Flansch, zusammen auf das Stativ setze und ihn einfach nur noch per Hand arretiere. Der zweite hat ebenfalls ein M10-Gewinde, hierbei eben männlich und mit Flügelmutter, sodass du ganz einfach eben eine Leuchte per Hand daran festschrauben kannst. Der dritte Flansch, den ich benutze, hat ebenfalls ein männliches Gewinde, allerdings nicht metrisch, sondern mit Zollgewinde. Zollgewinde werden ja genutzt an Fotokameras, Videokameras, Blitzen und so weiter, sodass ich hier eben auch meine Film- oder Kameraausrüstung auf dem Leuchtenstativ wunderbar anbringen kann. Der vierte Flansch, den ich einsetze, hat eine Aufnahme für einen 28mm TV-Zapfen. Diesen Flansch nehme ich immer dann, wenn ich auf dem Lampenstativ eine 4er-NED-Bar befestige, die eben mit TV-Zapfen kommt. Jetzt kommen wir zum Highlight des Stativs, nämlich den Standfuß. Der ist ungefähr 57cm im Quadrat aus Gussstahl gefertigt und wiegt 14kg. Dabei ist der Fuß nicht scharf im Quadrat geschnitten, sondern die Außenkanten beschreiben einen ganz leichten Bogen nach außen und die Ecken sind wunderbar abgerundet. Das heißt, wenn du mal irgendwo gegenkommst oder dir das Ding selber vor das Schienbein haust, werden erstmal die schlimmsten Schäden vermieden. Der hat an zwei Seiten eingelassene Griffe, die sind richtig groß gearbeitet und dort, wo du eben dann mit der Hand rumfasst, gummiert und geben einen ganz prima Halt, ohne einzuschneiden in die Hand. Das heißt, du kannst die 14kg wirklich sehr, sehr angenehm tragen und auch sonst händeln. In der Mitte der Bodenplatte ist ein M20-Gewinde stabil eingelassen und von hinten verschraubt. In das Gewinde wird die Stativstange reingedreht, sodass sie dann bündig abschließt. Auf jeder Seite des Gewindes findest du einen großen, runden Durchlass, dessen Kanten mit Gummi geschützt sind. Diese Durchlässe dienen dazu, Kabel durchzufädeln. Die sind groß genug, sodass neben XLR-Steckern zum Beispiel auch Kaltgerätebuchsen dort locker durchpassen. Ob du jetzt allerdings deine Kabel dort durchfädelst, damit sie maximal 30 cm unter der Stahlplatte laufen, hängt sicherlich von dir ab. Das lohnt sich aus meiner Sicht sicherlich nur, wenn die Stative mit den Lampen längere Zeit stehen oder wenn es ein Top-Gala-Event ist. Ich selbst nutze diese runden Löcher nicht. Das liegt daran, dass ich meine Lampen mit Monolith-Kabeln von Sommer versorge. Das sind Multicore-Kabel, wo du einmal Strom und in meinem Fall dann zweimal DMX drin hast. Die sind in einem relativ dicken Gummimantel eingepackt und da passt es dann halt mit den Biegeradien nicht, die dann unter der Bodenplatte durchzukriegen. An den vier Ecken der Bodenplatte finden sich stabile Füße aus Metall mit Filzgleitern. Die Füße halten die Bodenplatte auf Abstand, sodass du prima unter die Platte fassen kannst, um sie aufzunehmen. Der Abstand ist auch groß genug, dass die Kabel nicht gequetscht werden, solltest du sie durch die Löcher durchführen. Durch die Filzfüße werden auch empfindliche Böden geschont. Es gibt keine Streifen, wenn du die Platte mal verschiebst, anders als bei Gummifüßen. Passend zu der Bodenplatte gibt es von Gravity als Zubehör auch eine Transporttasche. Die gefällt mir richtig gut, gerade auch im Vergleich zu Transporttaschen, die man bei K&M dazu kaufen kann. Es fängt eben einmal damit an, dass die Reißfüsche sind halt richtig stabile, dicke Reißfüsche. Sie haben richtig große Schniepel aus Metall, lassen sich ganz prima öffnen und schließen. Richtig gut. Die Reißfüsche sind farblich abgesetzt. Ich dachte erst, naja gut, irgendwie modisch und halt Gravity grün. In der Tat ist es dann aber auch im dunklen Kofferraum damit super gut, die Taschen zu finden. Wenn da eben die Bodenplatten irgendwo noch rumliegen, erkennst du genau, wo sich die befinden. Die Griffe laufen in Form von dicken Nylonbändern einmal drumherum und sind dann oben eben hier mit einem richtig dick gepolsterten Griff mit Klett zusammen gemacht, sodass du die auch prima tragen kannst, die schwere Tasche oder sogar zwei schwere Taschen, ohne dass das Nylon in die Hände einschneidet. Dann noch ein Detail. Bei K&M habe ich mich schon so oft geärgert. Die Taschen haben bei denen auch Visitenkartenfenster. Die sind aber so klein, da muss ich meine Visitenkarten aber erst zurechtschneiden, in die da reinpassen. Bei Gravity ist das Visitenkartenfenster so groß, da passt eine normale Standardvisitenkarte ohne irgendwelche Klimmzüge rein. Aus meiner Sicht gibt es zwei Nachteile. Das eine ist die Pulverbeschichtung. Die hat jetzt in dem Testeinsatz durchaus schon ein bisschen gelitten. Da wäre es vielleicht schön, wenn es da noch eine etwas festere gäbe, aber ist halt ein Gebrauchsgegenstand. Der zweite Nachteil bezieht sich auf den Transport. So begeistert ich von der Transporttasche für die Bodenplatte bin, gibt es, soweit ich weiß, von Gravity noch nichts für die Distanzstangen. Da würde ich mir eine Tasche wünschen, in der ich halt mehrere Stangen transportieren kann, eben auch mit super Reißverschlüssen, tollen Tragegriffen, außen gepolstert, aber innen eben auch irgendwie aufgeteilt, dass ich mehrere Transportstangen gleichzeitig transportieren kann, ohne dass die gegeneinander irgendwie kratzen oder scheppern. Also Vorschlag für Gravity, mach doch eine schöne Tasche für die Stativstangen. Zusammengefasst, es wäre falsch zu behaupten, Gravity hätte das Stativ neu erfunden. So weit will ich nicht gehen. Aber aus meiner Sicht ist das ein wirklich tolles Stativ. Standfest, elegant und es stecken eben wirklich in den Details viele richtig pfiffige Lösungen drin, die sich bei mir hier im Einsatz jetzt über letztendlich mehrere Monate toll bewährt haben. Mir gefällt das Stativ richtig gut. Das liegt daran, dass es halt viel eleganter ist als ein Dreibeinstativ und mit der großen Bodenplatte deutlich sicherer steht als die Stative mit runden Bodenplatten, die ich bisher im Einsatz hatte. Mit 2,40 Meter würde ich mir manchmal wünschen, es könnte noch länger ausziehbar sein. Soweit ich weiß, gibt es aber schon oder soll kommen von Gravity noch eine Lösung, die dann deutlich höher baut. Was es von Gravity auf jeden Fall schon gibt, ist eine zweite Version der Bodenplatte. Die heißt dann GLS 431. Die hat neben der zentralen Bohung, also dem zentralen M20 Gewinde, noch zwei weitere M20 Gewinde fest eingebaut. Und zwar eben dann nicht mehr zentrisch, sondern außerhalb des Zentrums. Damit kannst du dann auch Lampen, wie jetzt zum Beispiel ein Cameo Superfly, der den Haltebügel eben nicht, ja, im Zentrum nicht richtig ausbalanciert hat, anbringen. Und Lampe und Stativ zusammen sind dann doch wieder in Balance. In Verbindung mit den diversen Flanschen, die es von Gravity gibt, lässt sich das Stativ sehr universell einsetzen. Du kannst bis zu 20 Kilogramm belasten, die Stative, bis eben auf 2,40 Meter Höhe. Das heißt, da passt eben auch eine 4er LED-Bar prima rauf. Kleine Lichteffekte sowieso. Unseren ausführlichen Test zum Gravity GLS 331B liest du auf einfachauflegen.de. Hat dir unser Video gefallen? Daumen hoch bitte. Und möchtest du mehr erfahren über all das, was DJs interessiert, dann melde dich an für unseren kostenlosen Newsletter auf einfachauflegen.de. Alle Links findest du, wie immer, direkt hier unter dem Video. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.